So, da sind wir auch wieder. Sind wir wieder da? Ja, wir sind wieder da. Das nur wegen der Aufnahme. So, wir müssen jetzt mal andere Gebiete erkunden. Ich weiß aber nicht wo. Ach, wir gehen mal Richtung Westen und gucken mal, was da so ist. Das ist doch alles. Genau, hab ich auch alles mal angezündet, ne? Wie möchte ich das alles mit? Schaden kannst du ja nicht. Okay. Die platzen wir auch mal wieder an. Ah, hier gibt es doch jedenfalls Steinen für uns. Ah, keine... Na, großartig. Keine Zweige. Keine Zweige. So. 38, aber okay, macht das Big Hauer? Ja, okay. Das kann man aber essen. Volles Survival-Spiele, echt. Was im Sinne. Ah, wir brauchen echt sowieso wieder Blumen und so. Hallo. Ach, wir haben hier noch was. Telekulatur, das darf Blu-Kluss. Das lerne ich mal. Wo kommt es hin, weiß ich nicht. Ja, das kennen wir doch. Das ist immer so komisch die Spuren, ne? Kommen wir uns ein Feuer machen? Ja, können wir. Ich muss, ich muss nämlich Feuer machen. Ach, komm her. Ach, okay, lass es sein. Das ist nicht nett. Okay, wir beraten uns das. Okay, lass ich mal übrig. Ach, wir haben wieder ein bisschen Energie bekommen. Na gut. Trotzdem echt Aua, Aua, Aua. Schöne Blu-Kluss hier, du. Ich muss aber die, ich muss was essen. Jetzt haben wir nur noch 20 Gesundheit. Das ist natürlich ganz schlecht. Ich kann uns auch mit nix anlegen. Darf uns auch kein Bienenstich passieren. Darf nix. Oh, jetzt ein Bienenstich. Doof, und jetzt ist er auch gleich nachts. Oh, jetzt ist er auch gleich nachts. Ich muss auch mal alles einsammeln. Boah, das war gerade rechtzeitig. Das war nicht so nett. Sonst wären wir, glaube ich, tot gewesen bei uns. Was haben wir denn hier noch? Foliage. Ach, das hätten wir auch essen können. Oh, naja. So, wir brauchen dieses Blumenpflanzen. Petals. Petals. Hier sind auch noch ein paar Kakteen. Gibt's hier noch, aber... Komm ja, los. Was geht los da rein, Sonne? Alles Wüste hier. Katteen, aber die machen Aua. Aber diese Spuren hier, was ist das? Hier ist das Böse-Gebiet, ne? Hallo. hallo toll da war ein Gnom drin kommt man hier nicht hm da ist dann aber wieder Wasser nee da sollte ich vielleicht lieber nichts hingehen ah doof gibt es nicht genug zu essen hier in dieser oh wir sind nass hm hmm der kotz da einen ab oh nein der macht aber dachte das ist Billo toll hier kommt ein Pilz das ist das ist das ist So. Oh nein, ist schon wieder coming, ja. Ich meine, ich brauche doch diese Petals. Oh nein. Oh nein. Haut ab. Scheiße. Bald sind wir tot. Hier sind immer noch nichts gewachsen. Was? Sollte ich mich verkackern? Ich pack erst mal das hier rein. Das kommt da rein, so. Vielleicht hier nochmal einen Busch hin. Da wächst irgendwie nichts. Wieso? Dauert das so lange? Gras. Na ja. Pflanze ich wieder was Neues. Komm mal Scheiße rauf. Äh. Habe ich die ganze Scheiße... Hä? Nee. Aber irgendwas... Habe ich doch dann genommen. Vertilize. Na, keine Ahnung. So. Hier haben wir das hier drin. Mache noch eine Möhre rein. Noch Kaktus rein. Da muss noch irgendwas rein. Noch ein Pilz. Ja, da beraten wir also. Mit Bolz. Ah. Naja. Die sind wirklich warm. Hm. Hm. Wir brauchen echt was für die Gesundheit. Aber woher nehmen? Ah, Mann. Die doofe Nacht. Die Sinnlose ist in nachts wieder. Ich muss echt mal ganz woanders hinlaufen. Ich weiß nicht wo. Hier? Wohin? Hier sind wir ja. Mal sehen. Ich brauche so viel Medizin jetzt. Oder sozusagen Petals. Petals hört sich fast an wie Fett. Ich kann mir auch kaum noch Werkzeuge craften hier. Scheiße. Bald geht wieder alles kaputt hier. Nass ist uns alles. Dann wächst das nicht. Den Pilz nehme ich mir. So. Sogar noch einen. Schwetterling hätte ich auch gerne. Okay. 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 Wächst hier wieder was? Oder was ist hier los? Nach einer Zeit kommen wieder ein bisschen Blumen und so. Hm. Muss ich alles mitnehmen was geht. Okay. Okay. Scheiße Rigen du. Was kann ich denn hier mal Willst du da rauf fliegen, Mr. Schmetterling? Irgendwo landen? Ne, dauert mal zu lange Viele gibt's hier nicht, oh Mann Sogar ein Hase lauft hier rum Weiß ich was das ist, nimm's mit Was machen denn die Bird Trips, Alter, da brauchen wir noch was von Spinnen Schmetterlinge könnte ich auch mehr vertragen Na, wir müssen uns auf jeden Fall heilen Mal diese Tierspuren, ne Ach, hier hab ich mir was hingelegt, ja, stimmt Kann ich immer noch nicht mitnehmen, ne Winterhead, kann ich mal leeren Aber ja gut, Bifluwool und Silic ist natürlich Doof Aber das Wiesp, das Diesbond nicht Schon mal alles ganz nett Ich muss da eigentlich mal wieder Mal wieder bei den Hasen gucken Schaff ich das noch, ich hoffe Ach, warum wächst da nix Hier hab ich nur gedönst Ein goldenes Knoten pack ich da auch mal rein So Ja, schon lohnt sich das wieder fast nicht Krieg noch die anderen Sachen, ich weiß es nicht Oh, das schaff ich nicht Ich kann mir auch kein Feuer qualfen Nooo Ja, super Ich muss mir Licht machen Es ist mir noch kalt Nein Oh nein Feuer, 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 Feuer Nein Ach, Scheiße, wieder tot Neuer Charakter freigeschaltet Mist Ah, es lief so gut Oh, naja Bis zum nächsten Mal